Hallo, HufgeflusterTV! Wir sind auf der Pferd International 2017 bei der Gewandmeisterei für Pferde angekommen, bei der Franziska Tofolo Haupt. Sagen Sie mal, was ist Gewandmeisterei für Pferde? Weil hier hängen ja Jacken und Hundedecken. Und Pferdedecken. Hinter mir sind auch noch die Pferdedecken. Also erstmal, ich bin von Beruf Gewandmeisterin. Das ist eine Schneidermeisterin, die aus Theater spezialisiert ist. Und da habe ich lange gearbeitet, habe mich um Kostüme gekümmert und irgendwann habe ich mich selbstständig gemacht. Mit Pferdedecken, mit Jacken, Reitjacken, Mänteln, Hundemänteln, genau. Und alles ist aus einem ganz robusten Material mit einer atmungsaktiven Membran, winddicht, wasserdicht. Das ist halt so ein richtig schöner Outdoor-Funktionsstoff. Und dazu gibt es dann jetzt eben noch eine Linie aus Naturfasern, halt aus Loden gibt es Jacken und Mäntel. Und alle so ein bisschen historisch schön geschnitten. Besonders halt. Das klingt richtig toll, weil wenn man jetzt so wie bei uns eine Bogenschießabteilung hat und man möchte eine Show-Truppe ausrüsten, bin ich genauso bei Ihnen gut beraten, wie jetzt, wenn ich sage, hey, ich will mal was, was nicht von der Stange ist, was besonders ist, dann kann ich mich bei Ihnen melden und dann läuft es dann ab. Für alle Pferde, für alle Größen, für alle Hunde, für alle Menschen. Wie gehen Sie vor? Genau das. Und das ist auch das Besondere an der Gewandmeisterei, dass man bei mir, also es ist alles mein Design, meine Schnitte, meine Herstellung. Das heißt, man kann, sie können sich an mich wenden und ich, wir können auch ein spezielles Modell ausarbeiten. Also ich mache dann die Modelle so, wie der Kunde sie braucht und auch mit der Farbgestaltung kann ich dann halt auf Kundenwünsche eingehen mit eigenen Logos und, 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 und. Da sind eigentlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Kreativität und Fantasie im Gewand für Mensch, Pferd, Hund. Alle passend in einem Design. Das ist sensationell. Jetzt, wenn ich nicht auf der Pferd Inter bin, wo finden wir Sie? Sie finden mich in Köln. Sie finden mich auch im Internet www.die-gewandmeisterei.de und da finden Sie auch meine Telefonnummer, meine E-Mail und können sich einfach an mich wenden. Ich helfe Ihnen dann da durch. Ja, herzlichen Dank für das Interview und viel Erfolg. Dankeschön. Das ist toll.